Im Zuge der Mannschaftsvorstellung des FC Südtirol haben wir Fabian Teit und Hannes Fink gebeten, uns ihre Mannschaftsmitglieder etwas besser vorzustellen. Der Spieler mit der besten Technik ist... Werder Docko. Fink Hannes. Der Spieler mit der meisten Ausdauer ist... Helpen, ich glaube. Fabian Teit. Der Spieler, der am längsten im Fitnessraum bleibt, ist... Ich glaube, Helich Strinser Keppner, Hannes Fink. Kevin Bineter. Der fleissigste Spieler der Mannschaft ist... Der Hannes Fink. Fink Hannes. Der schnellste Spieler ist... Petrella. Matteo Rover. Der Führungsspieler der Mannschaft ist... Jan Polak. Vielleicht, hoffentlich. Der Kabinen-DJ ist... Turquetta. Gianluca Turquetta. Der Spassvogel in der Kabine ist... Turquetta, eindeutig. Turquetta. Der stylischste Spieler ist... Turquetta. Kevin Bineter. Der Spieler mit den meisten Tattoos ist... Uuh, Hel ist Morosini. Tommy Morosini. Der Spieler, der am längsten vor dem Spiegel in der Kabine braucht, ist... Ist der Turquetta. Nein, es sind viele eigentlich. Aber ich glaube, der Turquetta ist da eindeutig der Erste. Fabian Teit. Der Spieler mit der meisten Instagram-Aktivität ist... Ich könnte auch nicht ich vorne mitspielen. Ich und der Turquetta sind alle die gleichen, weisst du. Aha, das ist schwierig. Da sind wir viele. Ich glaube aber Turquetta. Es macht mich auf den Metro kann, aber ich glaube, dass wir am gut her dasselしisation будут lobster.